meine leute willkommen zurück auf meinem kanal ich habe mir jetzt überlegt ich mache ganz oft boom videos nicht mehr minecraft weil ja ich mag einfach einmal andere videos aber bei dem werde ich jetzt wahrscheinlich bleiben also nicht dass ihr denkt ja jetzt macht also vorher hat ich werde jetzt bei den videos bleiben wahrscheinlich und ja jetzt konnten ich weiß nicht ob ich das im letzten video schon erwähnt habe aber ich glaube schon dass sie das jetzt länger keine videos mehr rauskommen konnten weil mein handy auf reparatur war ich glaube das habe ich ja das habe ich schon beim letzten beim letzten video erwähnt und jetzt habe ich mir auch noch bildschirmaufnahme runtergeladen die damit ich eben am bildschirm aufnehmen kann und das ist gar nicht mal so übel ach und eins noch wer das noch nicht getan hat like dieses video und abonniert meinen kanal und aktiviert die glocke um auch eine goldene mango zu werden und zur goldene mango gang dazu zu gehören und ja dann sagen wie dann sage ich drohne damit es beim reden nicht zerstört das muss ich noch erwähnen ich bin kein profi in diesem spiel also braucht ihr nicht in die kommentare schreiben schlecht oder nicht gut weil wir sind die blau das muss ich noch mal schnell also das ist meine lieben sauf eigentlich ich jetzt habe das ist so eine normale Pistole mag ich eigentlich nicht in Scharfschützengewehr das sieht eigentlich cool aus beim Ziel aber das zeige ich euch mal bei einem Schuss und vielleicht könnt ihr dann ein kleines bisschen verstehen warum ich das nicht gerade finde ich bin ein kleines bisschen also das ja reglante Plan das ist nicht gut für mich macht zwar viel Damage aber er ist eben nicht der der Beste da gibt es noch ein Gewehr das heißt Hans ich fühl irgendwie den Namen komisch aber ja ich kann sowieso am liebsten mit dem Dummer Headshot was Headshot habe ich noch zwei Granaten eigentlich werden die Granaten und die Gesundheitspets da werden immer nach und vor regeneriert als das 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 es ist meistens so der die ersten paar punkte schließt gewinnt oft oft am ich möchte uns nicht sagen aber kann ja weil wir haben jetzt mal 56 und die haben 100 okay da gibt es nicht das nennt ich kann von wenn ihr wollt von mir ist auch bei jedem zehnten video ein kleines bestehende ein anderes Video eben mache also zum Beispiel ich muss sagen zum Beispiel ein kleines Kick-to-Body-Videomacher oder ein kleines Granny Video ja schreibt es mal unten in die Kommentare was ich eben da hinten machen soll wenn nicht dann habe ich mir schon was überlegt lass dich überraschen okay ich gebe diesen Count auf ich gebe ihn hier nicht mehr okay ich bleibe hier noch aus ein wir sind auch nicht das schlechteste was muss ich schon sagen so soll ich will ich habe ihn zwar gesehen aber ich habe ihn nicht tippen können die gegen die stelle die man von den gegnern zum beispiel aufnehmen die Hälfte zum nächsten Toten städte ich euch mal schnell könnte mich feindlich und zu zeigen Feinde eine gute Mann tue ich das nicht aber auch nicht weiter ja danke die waffe eigentlich habe ich euch nicht mehr zeigen können das war nicht vergessen gibt diesen video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video Tschüssi